Hallo und herzlich willkommen zurück beim ETA Mod mit dem Phipps. Hallo. 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 Ja. Ja, sind wir wieder am Start bei der ETA Vorbereitung. Ich chill hier gerade so voll in meinem Stuhl. Ich habe mich hier gerade so chillig hingesetzt. Hier ist ein Schaf im Haus. Es sind Schafe im Haus. Oh mein Gott. Was? Weißt du es nicht mehr? Es ist nicht, äh, es ist Obst im Haus. Es ist Obst im Haus. Ja, genau. Ja, ja, André, André. André das. André das. André das, ja. Macht dich über Behinderte witzig, ja. Entschuldigung. Wir können auch mal über gestern labern, wo wir gestern waren. Nein. Wo waren wir denn gestern? Auf FunWild, dem leckigsten deutschen Minecraft-Server. Ja. Ja. Das habe ich Zander heute in die Kommentare geschrieben. Hey, kennst du schon FunWild? Den leckigsten deutschen Minecraft-Server? Oh, es war gestern, äh, sie, FunWild ist ja schon geil, aber es war gestern schon, naja, also da hätte man sich drauf einstellen sollen eigentlich. Ah, ja. Dass da so viele Leute kommen. Ich mein, wenn tausend Leute im Twitch-Livestream zuschauen, der Server schon nur 500 Slots hat, aber dann so abkackt, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber wir sind immer, wir sind immer unter die 200 gekommen. Also, es war dann, ja, so, vom Proxy her war dann halt ein Slot-Limit von 200 User und wir waren dann so drauf, haben auch gewartet, aber wir waren irgendwie, Warteschlange, Platz 50 oder so für die neue Map und irgendwann hat es dann auch gereicht und es macht dann auch keinen Spaß mehr. Ähm, irgendwie. So, ich hab mal hier alles mit Holz ausgegleitet, ne? Ist die Grenze. Äh, stell mir da ein Bett hin. Genau. Hab ich doch. Oder machen wir das ins oberste Stockwerk, die Betten? Machen wir ein oberstes Stockwerk? Ja, natürlich machen wir. Was ist das für eine Frage, man, dafür kann ich dir gleich einen mit, mit dem, mit dem Glaskolben geben. Ey, bau doch noch ein Glas, Dieter. Du hast doch, du hast auch noch Kürbisse. Warum klausst du mir denn jetzt das Glas? Hab ich doch nicht. Achso, und warum ist das bei mir weggebacken? Loll. Ich geb, hast du genug Sand, oder? Ja, 42 sollten reichen. Ja, das geht auch. Ähm, jetzt würd ich den Glas bauen. Glas-Dieter verfügt uns überall hin. Ey, es ist mein Glas-Dieter. So. Oh, ich mag das so Vanilla mal wieder zu spielen. Wo soll ich den, wo soll ich den hinbauen? Die, was, die Glas-Dieter? Baut die hier hinten. Ja, hier hinten. Ja. Genau. Ähm. So, dann machen wir das. Haben wir noch Knochen? Ne, wir haben noch gar nichts gelöst getötet. Das könnte ich doch mal machen. Auch noch. Naja. Äh, wo machen wir die Farben hin? Hier hinten so? Na, mir egal. Ja, gut. Oder hier draußen ist gut. Ne. Wollen wir die nicht wirklich unten hinbauen? Also unten würd ich die schöner finden. Hier, hier ist das schön. Weil ich will auch noch ne Treppe wahrscheinlich nach unten bauen. Wo, in welche Richtung? Also hier runter, ja? Hier runter so. Ja, aber da wo, da wo er genau. Ja, na gut, okay. Dann machen wir das. Schnieke. Schnieke. Ich warte und ich warte und ich warte auf das Glas. Ja, das geht jetzt nicht mehr so schnell mit Induktion, mit ohne Induktion Fernandes, mit ohne. Ja, da hast du recht. Das ist das, was ich vermissen würde. Ach, Quatsch. Ja, Quatsch. Ich will das eigentlich gar nicht machen, ne? Ja. Ja. Ich will das eigentlich doof. Aber man will ja auch was scheigen. Man will ja was scheigen. Will man das? Ja, ich glaub schon. Ja. 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 Saplings raus... Äh, Sitz... Keine Sitzlinge. Seeds. Samen. Höhöh. Oh mein Gott. Was? Magst du keine Samen? Na doch einfach davon aufzureden. Nein, ich, äh, jetzt, ich fang das alles richtig an. Ah, so schön. Was? What? Egal, egal. Word, 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 word. Ich red grad mit mir selbst. Ach, das machst du öfters. Ja. Tue ich auch. Was, da geh ich verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ja. Als ob ich verrückt bin. Wer sollte das glauben? Glastieter. Dein bester Freund. Herr Glastieter. Kannst du mir nicht sagen, dass ich unsymmetrisch gebaut habe? Habe ich doch gar nicht gesehen, du Bitch. Hab ich doch gar nicht gesehen, du Bitch. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Ach komm, leck mich einfach. Alles deine Schuld. Deine Schuld. Ja, es ist meine Schuld. Ich hab's begriffen, okay? Hab ich schon erwähnt, dass es deine Schuld ist? Ja, Mann. Gibt es eigentlich männliche Prostituierte? Es gibt Callboys. Das ist scheiße. Das ist so unerrotig. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich weiß nicht, irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin noch schwer geschädigt, weißt du doch. Ich bin noch leicht gestört gerade. Und du hast gestern Gabe Butters angesehen, ja? Und du doch auch. Verdammt. Ach, Gabe Butters. Ja, schon eine Klasse für sich. Ich feiere den Typen. Hallo Gabe Butters. Ich feiere den Typen. Wunsch, dass ich feiere den so hart. Ich... Auf einer Seite wollte ich gerne sehen, wie er ohne Maske aussieht. Die wollte er im Finale eigentlich abnehmen. Ich schwör dir, Alter. Der kommt ins Finale. Ich schwör. Der kommt nicht ins Finale. Ich schwör. Ich schwör, Mann. 20 Dislikes mehr hat, ähm... 20.000 oder so. Na, mal sehen. Wie macht man denn nochmal die... Das Glas durchsichtig? Äh, mit Connected Textures. Nein! Nein, das ging noch auf eurem Video-Setting. Äh, warte, ich zeig's hier. Äh, Option. Grafikeinstellung. Quality. Achso, du hast kein, äh, Optifine installiert, ne? Da geht das nicht? Ne, ohne Optifine funktioniert's nicht. Ach, kacke. So, wo gibt's denn hier mal... ne Höhle, ey? Das ist doch... stupid. Hm. Da unten ist ein Spinilein. Das mach ich aber jetzt gar nicht klein, weil ich kein Schwert hab. Ich hab schon ein Eisenschwert. Ja, ich wollte eigentlich eben noch eins machen, aber... Hab ich vergessen. Geht's hier ne Höhle? Nö. Sieht nur so aus. Das ist ne Fake-Höhle. Du bist ne Fake-Höhle. Du bist ne... Beleidige keine Höhlen, die du nicht kennst, ne? Beleidige keine Höhlen, die du nicht kennst, oder sonst... Lage ich dir meine... Also ich... Harpune durchs Genick. Was? Ah, Harpune durchs Genick. Genau. Ist das keine Zuhause? Das ist total logisch, weißt du? Man guckt ja auch deiner. Zuhause? Ich hab gleich drei. Mein Kumpel von mir hat echt ne Harpune zuhause liegen. Oh, wie schön. Ich glaub, keine Ahnung. Geht der gerne fischen? Nein. Isst der gerne Fischstäbchen? Nein. Ich glaub, der kommt vom Land, da machen die das so. Was? Weiß ich nicht. Da hat man immer ne Harpune im Haus. Ich leb auch auf dem Land. Es ist ne Harpune im Haus, ja? Na, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht in den Lack gelaufen, ey. Ich film mich dann nie wieder zurück, Mann. Schiert. Muss ich mal ein Render-Dissens wieder hochstellen und dann leckt's wieder. Ewiger Kreislauf, weißt du? Ohhhh. 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 Ohne Scheiß, Mann. Ich rufe mich nicht mehr zurück. Ohhhh. Zum Glück. Endlich kann ich alleine weiter bauen. Ohhhh. Penis. Ah, da hinten. Okay. Alter, what the fuck. Das sieht doch mal geil aus hier. Thumbnail für diese Folge? Oder auch nicht? Was sieht geil aus? Ich weiß nicht. Ich mach ja jetzt immer Custom Thumbnails. Deswegen, ähm, im Prinzip, müsste ich mal... Ja, was hast du denn grad fotografiert, ey? Snapshot. Snapshot. Snapshotted. Snapshotted. Jo, Fips. YOLO. Ja. Ja, was hast du denn gemacht? YOLO. Alter. Halt du die Klappe. Scheiß, Alter. Äh, Moment mal. Ich muss mal irgendwas gucken. Prozent. Eppdada. Prozent. Eppdada. Okay. Ah, die werden ja so nacheinander gespeichert. Dann müsste ich das ja eigentlich hinkriegen. Das ist für Folge eins. Also ich mach jetzt erst... Ich mach jetzt noch die Screenshots für Folge eins und zwei. Was mal, was... Was... Was fun... Auah. Ja, ich fotografiere die Landschaft. Ach so. Und ich setz' ich da... Und mache ich das ein bisschen, äh, so... Ne... Milchglas mäßig. Mach ich das ein bisschen so Milchglas mäßig... Blablablablablabla Digger Mach mi nie Scroll Clan Komm her Hey Digger Ich komme jetzt dahin Mensch Wo denn? Zum Haus Ja Das ist mir auch gerade ein Rätsel wie ich hier hochkomme Hast du da unten Erde abgebaut? Wo? Unten. Wo denn? Das sieht total hässlich aus. Wo denn? Unten bei uns, wenn man runter geht. Ich seh doch nicht, wo es ist. Ach, da soll wahrscheinlich die Farm hin. Ja. Das musst du so sagen. Bevor ich deine Kacke da als hässlich bin. Ja, deine Mama. Weißt du, klar ist die da. Gibt's eigentlich deine Mama, Elfé? Mann, immer fall ich bei derselben Stelle runter. Ich bin behindert, Mann. Ja. Oh, jetzt Clay. Digga. Ohne Scheiß, Mann. Ich find keine Höhle. Bist du jetzt noch auf der Suche nach einer Höhle? Ja. Weißt du, wie es zurückgeht? Ja, ich seh's ja da oben. Also, unser Haus leuchtet ja ganz gut. Ach, Kacke. Mach ich gleich weg. Bitch. Zieh rein. Irgendwie hab ich noch keine... Ah, hier geht's rein. Ist es irgendwie auch peaceful oder so? Ich hab noch kein einziges... Nee, nee, nee. Monster sind schon an. Au. Au. Was ist das denn? Au. Was ist das denn? Eisenerz. Alter, die Skelette sind ja mal richtig überpowered. Ja, die schießen jetzt immer schneller. Je näher du kommst. Ja. Dreckig. Ist einfach mal so eine Höhle unter der Erde. Wir haben es gerade mal gleich viertel vor neun. Und du bist schon so müde? Und ich bin müde, Alter. Tja. Du bist halt nicht dafür gemacht. Obwohl ich Mittagsschlaf, wollte ich gerade sagen. Mittagsschlaf. Jawoll. Wah, ich hab mein Mikrofon umgegangen. Obwohl ich ein Haier-Bubu gemacht habe. No. So. Was willst du damit für einen Bonus einschleichen? Den Baby-Bonus. Den Baby-Bonus. Baby- Das ist voll das Scheißwort. Das ist voll das Scheißwort. Im Ernst. Baby-Bonus. Das ist ein richtiges Scheißwort. Oh Mist. Ein Cripper. Nein, der wird auch gehen. Oder auch nicht. Schade. Nein. Hey, da ist ne Höhle. Hm. Fächer. Fächer Render Distance bin ich denn far. Okay. Jo. Das rendert doch mal richtig. Ich muss jetzt mal mit. Ich muss mit einer Hand schmuck und mit der anderen Hand die Flasche aufmachen. Oh, es funktioniert. Ist das so erfrischend. Was denn? Ist das so erfrischend, habe ich gefragt. Aber total. Das freut mich für dich. Ich raffe nicht, warum ich hier keine Höhle finde. Will ich denn zu dämlich dazu? Ich sage jetzt nichts. Besser ist es. Jetzt fliegst du aus dem Team, ja? Aus dem Team. Aus dem 3FA Team. Ganz einfach. So easy. Vielleicht gehe ich das Risiko ein. Nein. Nein. Ah, hier ist ne Höhle. Ach ja, das war die etwas größere Höhle hier. Und ich finde die dauernd nicht. Wieso kommt da keine XP raus? Ähm, bringst du mir Cobblestone mit? Ja. Mach ich. Danke. Gerade so, weil du es bist. Ne, brauchst du doch nicht. Ich habe doch noch ne Cobblestone-Quelle, wollte ich gerade sagen. Hä? Ne Cobblestone-Quelle? Ja, ich habe mir ne kleine Höhle gebaut. Ach so. Da ziehe ich Cobbl... 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 Es ist einfach zu ähnlich. Ich habe Angst. Es darf nicht passieren. Was? Ich habe hier runtergefallen. Aha. Ich habe euch das überlebe. Jaaaa. Jaaaaa. Denke schon. Ich habe super alt. Es ist überall cool, aber es ist aber kein Eisen. Das ist das scheiße. стimmt. Meine Eisen ist speziell. jetzt gleich auch kaputt. So, wir können mal folgendem Ende machen. Ja, wir jetzt überziehen immer so, das nervt. Ich merke das doch nicht. Ich würde mal einen übelst lauten Timer stellen. Stell dir einen Handywecker. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei der ETHO-Verbereitung. Okay, gönn euch aber nur zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.